Die Upload-Filter bringen die Gefahr einer automatischen Zensur und damit der empfindlichen Einschränkung unserer Bewegungsmöglichkeiten im Internet. Genau das wollen wir nicht. Wir möchten die unterschiedlichen Beteiligten an einen Tisch bringen, um einerseits geistiges Eigentum zu schützen, faire Bezahlung zu sichern und andererseits Plattformen an ihre Verantwortung zu erinnern, das natürlich für geistiges Eigentum auch gezahlt werden muss. Dafür gibt es bessere Lösungen, tragfähigere Lösungen, freiheitskompatiblerere Lösungen als die Upload-Filter. Deshalb machen wir Freien Demokraten uns in diesem Europawahlkampf und im Europäischen Parlament stark für ein freies, ein faires Internet für alle Beteiligten.